Musik Das Championat von Salzburg, die zweite Qualifikation zum großen Preis morgen ist zu Ende. Und das Siegergesicht, das kennen wir. Wir haben es nämlich als Siegergesicht des letztjährigen großen Preises gesehen aus Japan, Taizo Sugitani. Taizo, gratuliere auf die 2. Qualifikation und das Championat von Salzburg. Letztes Jahr war es für Sie eine riesige Star in Salzburg. Ja, vielen Dank. So, gratuliere nochmals. Du hast in dieser Arena gewonnen. Ist es für Sie ein sehr guter Grund, dass Sie sich hier gefühlt fühlen? Ja, es ist ein wunderbares Show, es ist gut organisiert. Mein Hörer wirklich mag das Show, ich denke. Er ist in top form, also hoffe ich, dass ich morgen gut mache. Dein Hörer ist AVENZIO, ein 13-jähriger KVPN-Hörer. Du hast auch letzte Jahr mit diesem Hörer gewonnen? Ja, es ist das gleiche Hörer. Wie ist es in der Training und Show? Wie beschreibst du diesen Hörer? Er ist sehr sensitiv, sehr, 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 sehr. Er kann manchmal spookier sein, aber er macht immer das beste. Das war ein Show, eine Klasse mit einem Jump Off. Der erste Ziel ist natürlich, dass es klar ist, aber dann in der Jump Off musst du sehr, sehr, sehr schnell sein. Du warst jetzt der letzte Kompitator. Können Sie auf der TV-Skriege die anderen sehen? Ja, ich habe gesehen, dass die meisten der Riders die Jump Off machen. Wann war der Punkt, dass du gesagt hast, okay, heute, ich denke, es ist mein Tag? Ich musste jeden Tag versuchen, jede Klasse zu versuchen. Also, morgen haben wir das Grand Prix, natürlich wieder. Du fühlst dich, dass du wieder einmal wieder der Winner bist? Ja, ich versuche es. Du versuchst dein Best? Ja, immer wieder. Okay, es ist der zweite Mal hier in Salzburg. Für diejenigen, die noch nie hier sind, wie du den Papas Amadeus Hörs indoors? Es ist ein kleines Indoor, aber es ist gut organisiert. Es gibt viele Dinge, nicht nur bei der Jump Off, Dressage, Volte, Bonne. Nicht nur für Riders, aber auch für den Publikum. Ich denke, es ist ein sehr schönes Show. Und du magst den Austrian Winter? Ja, es ist kalt, aber ich mag es nicht kalt. So, gute Glück für morgen. Danke, dass du kommst. Danke, dass du uns wiederholst. Danke, dass du uns wiederholst. Danke. 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 Danke.